so leute was geht und heute haben ich um mein trio den freitagnachtskap gespielt ja wir hatten ein paar unten die waren in ordnung sind zweimal wir haben zweimal an lag ich nicht den win geholt viele runden haben verkackt und ja es waren jetzt nicht wirklich gute clips dabei aber viel spaß mit dem video pass auf da läuft jemand 20 die gehen vor uns die kommen uns pushen muss auf die hinter uns aufpassen doch das wissen wir sind zweistens komplett kommt mit die vordersteht nach auzul aber nur für zwei dann nehmen wir das nicht ich glaube hier oben sind auch schon rotiert sein ich habe ein bisschen eigentlich nur oft die vor uns aufpassen es kokosnuss finden kann ich nicht nein die oben feiten richtig okay aber wir schwimmen trotzdem schwimmen die anderen schwimmen auch werden auch mit sand gehen können habe ich gerade gedacht aber das dauert nein das ist immer noch dass du das ist immer noch dasselbe nicht gekommen guckt das sind mehrere und hier schon auch noch 30 60 60 30 33 wenn er wegschwimmt dann versuche ich ihn zu lesern pass auf die feiten dort noch in der sonne was auch in der sonne sind immer noch welche nach jetzt müssen wir schwimmen da braucht 30 auf den müssen wir müssen ja ja auch meiner kaffee mit zwei sniper dabei ich weiß nicht warum ich kann versuchen sich da oben kommt mit steve kommt schon mit uns links nicht nicht schießen nicht schießen nicht schießen jungs ja 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 was hier ist die mutis und mutis und mutis und mutis und das wollen wir sie runter oder jetzt schon falls jemand kann aber da passt auf dass sie nicht von irgendwann das gesnipt werde das auch wirklich dass du bist wirst bego ich brauche den macht zu macht zu macht zu ich brauche er und ich habe 30 schuss ich habe neunzehn sniper hast du die gesprayt ich möchte mal durch so nein die würden wir nicht gesprayt kriegen guck mal wir sind hier so und jungs wir sind hier so erik hast du sniper mund für mich ich mache jetzt auf ne wo wo also pass auf ne weil dort sind welche und dort hinten sind auch welche also ich würde es nicht machen du kannst lieber immer so machen du machst die fenster rei et zu dann guckst du da so durch dort hinten sind welche im stein das geht am besten mit stein dann kannst du am besten durch gucken weil das nicht so schnell durchgeht dort sind auch welche ich habe nur eine graue stimmt dort hinten ist jemand in die richtung hin da oben auf dem berg ist auch jemand ja wir sind hier aber so und das ist gut wie viel metz habt ihr insgesamt ich habe 1100 und erik ich habe 700 hat mit ich mache auf 50 auf den hinteren 80 leute wir müssen warten auf die sonst wieder oben auf alles gut wir machen ja aber pass auf von hinten sind immer noch welche da oben haben ich kann nicht wir sind fast so und nein nein wir chillen noch ein bisschen wenn wenn die da oben feiten weil da die sind im moment und die links feiten oder schießen zumindest aber die oben müssen feiten dann können wir gehen aufpassen von welchen von welchen von welchen aufpassen dass sie es nicht würdet kommen die werden jetzt gesprayt die werden jetzt gesprayt die werden jetzt einfach ein gesprayt kommt kommt jetzt können wir rotieren also nein da geht es gar nicht lang und 30 weit 30 weit auf den jungs seid ihr bei mir ich habe mich hier geborgt ich bin hier so ja von oben von oben jungs wo seid ihr müsst es callen kommt zu mir kommt zu mir warte machen wir ganz ja ja erik kommt einfach zu mir zu uns sind hier so im busch sind welche dort das sind die mit dem enden sniper auf jungs direkt vor uns mit dem enden sniper lexer hinter uns die rotieren ja 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 die mit der lexer waren auch die von high ground über mir über mir über mir schießen die auf uns ich habe ich habe sechs bouncer ihr müsst mal inhalt nicht markiert warum habt ihr drei boxen gebaut ich habe gesagt ihr müsst in meine box reinkommen dass wir wollen er zu viel metz und mir lexer walk-in-launcher liegt da wir müssen rotieren wir müssen rotieren wir müssen rotieren kommt mit ja ich habe gebäunst ich habe normal gebäunst ich werde mich die ganze zeit ausgebäunst ja ich bin das hä er baut nicht hä er baut einfach nicht du bist das digga er baut nicht hä immer die erik ist auf die 800 märz ich möchte ich möchte ich möchte ich mich so tot weiter nicht hier läuft einer pass auf nicht schießen warum nicht schießen nein 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 oder die haben nicht gesehen die haben nicht gesehen ich habe auch ja dann macht der macht schon ich habe heute ich bin auf freund damit gestorben gestorben erinnere mich mit nämlich mit hä was ist das egal scheiß auf mich du kannst mich so nicht mitnehmen was ist das digga hä hä ich habe zwei flopper jungs ich habe zwei flopper weil wenn ich am land bin dann könnt ihr mich vielleicht noch nehmen oder ihr könnt meine kart holen mich rebooten ja kann ich machen ich habe zwei flopper hä digga das ist so scheiße digga einfach durch den bug bin ich jetzt gestorben digga wie unlucky ist das nimm meine flopper mit nimm meine flopper mit wenn du kannst ich brauche einen flopper direkt und dann geht es zu zweit zum reboot werden und steve macht das was ich dir gezeigt habe mit der cone ja gerade eben wurde aber jemand kannst du mir eine pump mitnehmen steve oder geht das nicht pass auf die sind dicht bei euch ist rot gib mir einen flopper gib mir einen flopper ne ist orange dann das lieber nach retail das ist unwahrscheinlich aber da haben die sohn aber nur wenn ihr ein auto findet okay war der eric die links gelingt aber lag eine tag dort nehmen die tag mit ja für mich ja genau dort hinter aber schnell wir müssen direkt nach mitte durchziehen und dann wir können ja auch mit dem auto dann in die zone fahren und dann wir können ja auch mit dem auto dann in die zone fahren weg hier einfach weg ja ich bin dead ich bin dead ich bin dead digga ja keine ahnung warum ich da bin auch noch sterbe on me ja digga was ich würde auf es sei es sei macht zu macht zu ich weiß nicht wollen wir mit bau zu gehen oder schwimmen hier schwimmt irgendwo einer dort so oh mein gott die letzten zwei drei gegen drei leute zwei gebrauchten ok wir schwimmen wir schwimmen wir schwimmen nur noch ey jungs ich mach ein pad ich mach ein pad 1 2 1 1 duo und ein solo jungs das müssen wir machen fuck das müssen wir hin dort hinten mann jemand hat mich überbaut von euch ich bin das es geht nicht ja ich muss den nicht ja mann ich hab bei uns einfach wirklich ich geh mit meinem bau zu haben bitte ja 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 digga ja digga ja egal wir sind zweiter geworden egal da direkt vor mir direkt vor mir einer nur einer nur moment noch im solo ja sein mate kommt aber ich hab dich es lieb alle drei sind dort jonge was gibt dem ihr insel für ein hit das ist lächerlich äh der erste hitmann das wäre ich nicht ihr wollt ihr direkt pushen gehen jonge äh ja digga kann ich nicht die sind bei mir ach wobei die von aufseite komme 30 auf ein what shot dead einer knock einer ja ich kann nichts machen wenn die zwei leute mich pushen kommen deswegen will ich auch nicht jeden pushen gehen weil wir dann immer sterben wenn wir pushen gehen ich hab bei meiner karte ist einer genug ich versuche ihn zu finishen ich hab den headshot gegeben ich hab den der erste flieg direkt auf 50 ap alter ist egal und den anderen habe ich knapp 30 gegeben ich hab den druck noch vom ersten schuss da drin liegt glaub ich ein benzinkanister wenn ich nicht ganz scheiße bin ja das sind ja auch nicht hier ist einer hinter uns 100 auf ihn auf die face die ist einfach nur gemacht ich bin so gut man kommt mit meiner ja keine ahnung und dann noch mal hilfe drei leute digga es bockt nicht ich gehe jetzt nie wieder welche pushen jungs nie wieder so schlechte kreuz alter ich habe den ansatz nie wieder gehen wir zu pushen man ist jemand ich habe genau den fall zwischen getroffen ich habe genau das ist nicht das war nicht das ist ein free snipe er hat sich hinter dieser stange ich habe peter er stand hinter dieser stange und ich treffe natürlich genau die stange was sie doch nicht und ich gebaut sich hoch ja ich sehe dann machen wir wollen kämpfen 340 folge mit jemanden hat der 340 folge mensch gekriegt keine ahnung was er dort gemacht hat wir wollen doch mal ein bisschen das aber nicht jetzt sagt ihnen wir kennen und dann gehen wir nicht raus ich guck mal ja safe der läuft also komplett free ordentlich war der hielt er sich auf die skifahrerin entweder kommt ja da halt die wenn gepusht die wenn gepusht von dem anderen trio was hier oben bin ich nicht mal offensiv digga das nein auf den oben dort auf dem holz ja 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 ich kann nicht ich kann nicht zu ich komme ich versuche nein ich gehe weg ich gehe weg alles gut nimm den nimm den nimm den auto kommt hier auf wohin das war ich hier irgendwo hin da kommt nicht weg ich muss doch sagen dass sie los geht habe ich können wir den blieben irgendwie hinter uns wird gesnipt ja ja sein mate ist on me sein mate kommt pushen bei mir sind zwei ich bin tot bei mir ist einer mit der bubble tag gebrochen ich bin dead ja digga geht in städte meine box ich habe keine ahnung was das ist digga die haben alle ne barbatech was ist denn das und wir sind nicht kaum welche mit und die haben besseren job weil es heißt ich bin tot die sind zu dritt hier keine ahnung wenn ich keine waffe ist dann bin ich tot ja war klar dass sie keine waffe ist ich bin tot ich habe nicht ich habe die hebe ich habe das kann ich kann nicht zu die kommen sind alle beim bürger erik du hast eine waffe aber oder ja ich habe ich habe alles ist ein lama ist wichtig wir müssen gewinnen müssen sie hier gewinnen ich habe nur eine paar weil ich habe nichts für fernkampf jungs genau als einfach dort war da habt jeder von euch eine pump ja ok dann lass rein ist tief kommt mit uns wir haben alle noch haben aber wir müssen auch passen die und die gläser die sind dort drinnen ich habe nochmals lächer leute dann können sie es gleich und dann gehen wir die pushen nein es habt ihr irgendwas für mich was ein bisschen für fernkampf ist ja ich hier auch irgendwo nach vorne wird einer und mir ist noch einer 90 das noch einer noch einer hat ihn 20 ist 20 weit nice let's go jungs ich habe auch eine eier ich habe eine graue pump mit sieben schoss und ein p mit 30 schoss ich habe am weg mit elf schuss und er mit ein weiß ich wollen ja ja lasst doch noch gluten wie sich hier ist doch nicht komplett blut oder kommt die kommt die kommt ja ja der wort ist ich habe heute ich habe aber ich werde beim laser keine große hilfe sein rechts schlecht eine hand sagen müssen steve ich war noch nicht bereit das ist alles sind da alle sind da eine eine harpune der von rechts einer nicht die letzte noch einer der bei uns er hat auch noch nicht noch ein haupt noch ein haupt hund ist das einer du hast du hast du hast du hast du hast du hast du und schaut bei einer noch zwei und schaut einer noch zwei und schaut der eine zwei haupt und der andere hat ein haupt also die rote frau mit dem blot mann ist richtig one shot nein wir haben so scheiße ich finde ich habe die ganze zeit auf dem boden und trifft mich nicht sind auch nicht gut versuch wenigstens der finish zu holen du bist one hit das gut merkt das gut mit ich weiß nicht wo wir hingehen sollen wollen wir uns hier einfach boxen oder das ist ein hart logo und hat logon ich baue hier noch kurz im zaun ab und so teilweise auch dort unten ist ein solo dort unten ist ein solo nein du ist nicht erik auf dich ist es dass sie einfach aufstehen und dann versuche ich sie zu snipen ich sehe sie ich werde ihn ja hier ist einer hier ist einer über uns zwei stück können dort ist halt ein solo nicht bewegen und einfach was macht steve da hinten sind welche bobbebobben erst dann niemand wissen dass wir da sind steve sind welche bobbebobben er kam auf mit den scheißen klagen ich dass du das schließt das kaputt das ist wichtig das muss das sein hier unten von uns ja ich seh'n minus 40 hallo definitiv ja wir müssen so ja ich bin dead ich bin dead ja jemand muss vorbauen ja okay splash splash nice reicht eric kommt zu uns steve baut hier vor steve weg 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 nein 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 da nicht da nicht weg steve mach du das du kannst es am besten und am schnellsten ok sind wir sind wir so noch ein weiter vor oder zwei ja jetzt schilden schild und können die den bgo ich habe bei uns da merke ich gerade hier unterliebe und so haben ich habe es auch nicht dass du hier und dass ich nur durchgegeben schildrecks was ich weit auf 1 wir gehen mit bouncer mit bouncer mit bouncer mit bouncer ihr müsst hinter mir sein nix ist bei uns hat geplaced junge wir sind nicht weit ja ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin rot ich bin tot ja digga was ist das das ist einfach nice nochmal bei uns nochmal bei uns ich bin dead digga sie haben größtes einbaut digga uns bringt nicht so viel glaube ich ja aber wie soll es wird sich komplett in die zone reinbauen ein ich habe dir gesagt folgt mir einfach pass auf steve du bist one shot für die zone so einfach ein paar placement noch mit zu nehmen in der zone in der zone ist einer links von dir in der zone na ich meinte die andere richtung aber ok die zone geht zurück du kannst deinen weg einfach gehen geh einfach dein weg du musst jetzt mit sparen du darfst nicht komplett racing geh einfach gehen ist das einzelner aufgabe gemacht ja ja es kommt zwei leute mit zwei leute ich habe keine waffe ich habe immer noch keine wenn ich ohne jetzt keine waffe ist bin ich gut sind sie bei euch gegner ja ja ich bin tot sie freuen ist keine waffe du musst ich brauche hilfe obwohl die sind alle doch sie sind bei mir gelandet ich bin tot komme zu euch direkt ich kann nichts machen nein das ding ist wieder aus mir bitte bitte natürlich ist auch keine waffe der hauern aber er hat jetzt ein bisschen nebenbekommen schönes ding ja das war der davon war aber ich bin keine waffe ich bin auch da die ja unter mir hat einen pump du bist du hast viel mehr leben als die und wahrscheinlich auch bessere waffen und gut bei mir zwei stück wo ist der ich hier bei mir haben die wagen noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr ja ich habe keine menschen z ja die kann noch mehr kommen hä wo kommt ergen jetzt herr der kleine bastard eric geh da weg eric geh da weg lass die falten nee jetzt nicht das sind einfach alle nacheinander pushen er baut den baum ab er baut den baum ab ne doch nicht die falten er ist nicht hier bei dir eric dort ist der ja was macht der die ganze zeit der haut ab der will zu seinen teammates tot er wusste er ja weg ist weg wie bei ihr so lange gebraucht habt das aufs haus ist aus haus dann haben wir dann haben wir hier grauen oh sie kriegen schon placement points merke ich gerade wir brauchen mich gerade 90 punkte weil wir wollen keine 100 punkte weil 100 so cool aussieht die fallen noch nicht rein da rein da wir wollen sich übersehen weil wir schon cool aussehen yeah direkt hier unter steve aber pass auf ne direkt dort ist jemand hit der will sich big gunn hey ich habe aufgemacht da sind die noch weit unten ja ne die Leute saßen so los nein es sind zu dritt die sind das ist ein trio das ist ein trio da ist einfach ein bisschen die feiten rein da die feiten rein da der rein da rein da rein da der rein da rein da die klauen und die kill ich hab Puhn auf der deiner einfach durchlaufen hier und dann doch in die land ich hab Flopfer nice hier ist einer bei mir ist eigentlich nur tot ich komme also wo seid ihr ich komme jetzt schon ja ja wir kommen wo kommst du eric ich muss einen Fisch ja 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 find ich mich da ne wo bist du finn schill crack der eine der dort gelaufen ist ja der gibt der geht auf dem finish on me on me on me ne 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 n ne ne ich habe mir leider nicht gewächst aber ich finde ja nichts anderes als eine charge also den einen habe ich 30 weich gegeben und er war so